So liebe Omazia-Fans, seit jetzt nunmehr fast fünf Monaten ruht hier der Ball in der EWA-Arena. Aber trotzdem wird es uns von der Seite des Vorstandes nicht langweilig. Es sind einige Projekte, die ja trotzdem weiter vorangetrieben werden müssen. Und eines der großen Projekte ist ein Infrastrukturprojekt, und zwar ist es hier der Kunstrasen. Hier stehen wir auf dem ersten Kunstrasen, der wurde 2006 damals eingeweiht. Das war der zweite Kunstrasen, den es damals überhaupt in Worms gab. Und aufgrund der äußerst positiven Entwicklung unserer Jugendmannschaften, Damenmannschaften und auch der U23 oder U21 jetzt, wird der Rasen halt sehr, sehr stark bespielt und gespielt und ist eigentlich auch abgespielt. Das hat auch die Stadt insofern erkannt, dass wir im Rahmen der Prioritätenliste gemeinsam mit dem Projekt Freie Tunnel Allemannia Worms auf dem ersten Platz sind. Das heißt, dieser Rasen wird bei einer Erneuerung in diesem Jahr entsprechend gefördert. Jetzt haben wir aber das Problem, der Rasen wurde 2006, und das war damals so der Stand der Technik, mit Gummigranulat verfüllt. Das ist eigentlich auch für die Spieler mit das Angenehmste, wird aber aus Umweltgründen derzeit nicht mehr gefördert. Und daher sind wir im Moment dabei, nach Alternativen Ausschau zu halten, sei es Verfüllung mit Sand oder mit Kork. Das wird sich aber auch erst im September entscheiden, auf der Ebene der EU, welches der entsprechenden Materialien gefördert wird. Es gibt jetzt wohl ein ganz neues Verfahren aus der Schweiz, der Andreas Hahn, unseren Jugendleiter und im Hauptberuf auch Bauingenieur und Statiker, ist dabei, das jetzt mal auswendig zu machen. Es gibt in der Schweiz ein Verfahren, dass es einen Rasen gibt, der sogar ohne Füllmaterial quasi auskommt. Das wäre natürlich das Idealste, aber wir müssen jetzt mal alles durchspielen, weil wir werden gezwungen sein, sobald es hier wieder losgeht, hier den Rasen spätestens im Herbst oder Winter im nächsten Jahr dann zu erneuern. Ja, lieber Wormationer, unser zweites großes Projekt ist auch ein Infrastrukturprojekt, und zwar unser Vereinsheim. Wir haben in mehreren Beiträgen ja schon darüber berichtet, dass der Zustand des Daches katastrophal ist. Das wird quasi nur noch von Plan zusammengehalten, und der letzte, doch teilweise strenge Winter mit Schneefall, haben dem Dach jetzt quasi den Rest gegeben. Wir können ein bisschen Entwarnung geben. Wir dachten ja erst, dass wir den ersten Stock mit dem Dach komplett abreißen müssen. Das ist nicht so. Der erste Stock ist jetzt doch so stabil, dass er erhalten werden kann. Wir werden also das jetzt umsetzen, was wir ursprünglich vorhatten. Das heißt, Dach abdecken, neue Lattung drauf und hier mit einer entsprechenden Folie dann zudecken, was die nächsten 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre hält. Hier haben wir immer noch das Problem, dass wir noch nicht die Eigentumsverhältnisse geklärt haben. Das Vereinsheim ist immer noch im Besitz der Stadt Worms. Unsere Intention ist die, dass wir das Objekt, wenn wir hier entsprechend investieren, zumindest in Erbpacht übernehmen wollen. Hier gab es im November eine Begehung vom Gutachterausschuss. Leider liegt uns bis zum heutigen Tag aber noch kein Ergebnis vor. Wir haben dann aufgrund dessen in der letzten Woche auf Initiative unseres Vorsitzenden des Wirtschafts- und Verwaltungsrates eine Videokonferenz gehabt mit dem Oberbürgermeister Herrn Kessel und dem Herrn Kramer und haben das Thema noch einmal besprochen und angesprochen. Uns wurde auch zugesagt, dass hier in den nächsten Wochen uns hier eine entsprechende Nachricht zugeht, dass wir den Wert bekommen des Gebäudes und dass wir hier dieses Grundstück und auch das Gebäude entsprechend in Erbpacht dann übernehmen können. Und dann werden wir auch zügig daran gehen, diese Maßnahme umzusetzen, weil hier wirklich keine Zeit mehr zu verlieren ist. Ein letzter Punkt noch, weil er für uns der wichtigste ist. Wie geht es sportlich weiter? Der Regionalverband Südwest hat entschieden, die Saison abzubrechen. Das ist auch in unserem Sinne gewesen. Hat jetzt Trier als Staffelsieger im Norden und uns im Süden als potenzielle Aufsteiger in die Regionalliga gemeldet. Wir haben am letzten Donnerstag per Mail die entsprechenden Unterlagen bekommen. Haben jetzt Zeit, bis zum 17. Mai diese Unterlagen zu bearbeiten und ausgefüllt zurückzuschicken. Das haben wir in den letzten Jahren schon öfters gemacht. Das stellt uns jetzt nicht vor große Probleme. Es ist nämlich die Frage, wie geht es weiter? Es soll wohl Mitte April eine weitere Sitzung geben von den Gesellschaftern der Gdbr, der Regionalliga. Wie es mit dem zweiten DAT weitergeht oder generell mit dem Aufsteiger. Stand heute gehen wir eigentlich davon aus, dass es entsprechende Entscheidungsspiele mit den Teilnehmern aus Hessen und Baden-Württemberg gibt. Wir haben heute erfahren, dass wohl Hessen Dreieich als Zweitplatzierter der Oberliga Hessen zurückgezogen hat. Wie es dort weitergeht, muss man dann sehen, ob dann der Verband den dritten oder viertplatzierten entsprechend nachmeldet. Das sind aber alles Dinge, die können wir als Womazia Wams nicht beeinflussen. Wir gehen Stand heute davon aus, dass es zu entsprechenden Aufstiegsspielen kommt. Sollte das nicht der Fall sein, weil die Pandemielage das eventuell nicht zulässt, gehen wir davon aus, dass man die gleiche Lösung findet wie letztes Jahr wie Kassel. Und in dem Fall wäre Womazia als Quotienten bester Zwoter der entsprechende Aufsteiger. Aber auch das wissen wir nicht. Das ist jetzt eine Mutmaßung unsererseits. Wir warten die Situation ab, hoffen auf eine vernünftige und faire Rechtsprechung, werden uns gegebenenfalls juristischen Rat holen, wenn das entsprechend nicht so ausgeht, wie das in unserem Sinne ist. Aber wie gesagt, bis jetzt können wir hier noch keine Aussage dazu treffen. Und das ist eigentlich so Stand heute. Ja, liebe Womazianer, zum Schluss wünsche ich euch für die nächsten Tage und Wochen alles Gute. Passt auf euch acht, bleibt gesund, schützt euch, bleibt zu Hause, vermeidet die Kontakte, weil nur so ist es möglich, dass wir diese, Entschuldigung, blöde Pandemie endlich in den Griff kriegen. Und wir auch wieder die Perspektive haben, uns wieder hier dauerhaft, jeden Samstag hier zu treffen, zu schimpfen, zu schreien, uns zu freuen, ein Bier zu trinken und über alles Mögliche zu labern und zu diskutieren, weil nur so wird es uns hier wieder allen Spaß machen. Macht's gut. Alla Womazia. Darum sind wir immer da. Schuss und noch ein Tor. Schuss und noch ein Tor. Dreimal auf Womazia.